Oh come on baby, eine Studio in Weinrot, ist das nicht geil? Da habe ich zwei von. Diese hier ist gestern erst gekommen, muss noch auf den Tisch, aber die rockt schon ganz passabel. Und ich habe noch eine, nein, etwas helleren Rot, sieht so ein bisschen aus wie Ketchup, ich nenne das jetzt aber mal FireRed, keine Ahnung wie die Farbe in echt heißt. Und dann habe ich eine in Manhattan Blue, oh Digga, dann habe ich die Manhattan Blue als SG auch noch, dann habe ich drei Stück in Schwarz, dann habe ich vier Stück in Tangerine Burst als Studio und einmal auch noch als Standard, die ist aber sehr pflegebedürftig, die muss auch noch mal so richtig auf den Tisch, der Patient, aber das wird eine Porno-Gitarre. So, und das sind auch alles richtig geile Gitarren in Tee-We-Law. Ja. Zahne, oder? Die ist glaube ich von 2002 hier. Wollen wir nicht drüber zu sprechen, oder? Das ist geil, ne? Wollen wir nicht drüber? Musik Bisschen zurückgedreht Musik 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 tja da ist ja wohl alles klar oder nicht also kinder gibt es ein wochen bei olaf oder